Hallo und Moinsen zum Spielfazit zum 3 zu 3 des VfB in Heidenheim, was für ein Spiel und jetzt auch hier bevor ich wundere, natürlich ist es normalerweise am Ende von den Stadion Audio Vlogs, ist klar, aber ich werde es auch hier machen, habe es glaube ich auch schon ein paar mal gemacht, Hoffenheim zum Beispiel auch mal, das ist hier und da mal wieder einfach auskoppelt, allein schon wegen der Länge von vielen Videos, also die Stadion Audio Vlogs plus eben Fazit hintendran, dass es dann irgendwie 25 plus Minuten oder sowas ist, da wo es für mich Sinn macht, packe ich es halt so, dass ich es auseinander trenne, voneinander entkoppel, sage ich mal, das heißt ich bekomme zuerst das Spielfazit und danach im Verlauf, jetzt in dem Beispiel, im Verlauf dieser Nacht, sage ich mal, noch das Stadion Audio Vlog, natürlich egal wann ihr es anschaut, aber für mich im Verlauf dieser Nacht, gehen wir rein und weil ich es so ein bisschen in den Vorberichten, so ein bisschen, sag mal, das heißt vergessen habe oder halt nicht so angesprochen habe, wie ich es eigentlich angesprochen hätte, wollen, so rum, ist erstmal höchster Respekt vor Heidenheim, also ich finde es wirklich sehr, sehr krass, was sie da machen, als Aufsteiger, auch als erstmaliger Aufsteiger in der Bundesliga, spielen ja ihren Stiefel runter, werden so wie es aussieht, ja sehr, so die in der Liga bleiben, also sehr, sehr stark auf jeden Fall, noch heute supportmäßig über 5000 da gewesen, das war sehr, sehr ordentlich auf jeden Fall, also da Lob raus an die Heidenheimer, bei uns war ja klar, war ja mit den Statements und so weiter von der Kurve, das mittlerweile auch schon 208 oder sowas, Fangruppen und Gruppierungen und sowas und Fangrups unterschrieben haben, also wirklich auch eine große Breite hinter sich hat, war klar, dass da ja irgendwas passieren wird, Banner, Fang ist irgendwie dies, das, dann war klar, ja in der Kurve wurde ausgeteilt vor dem Spiel, zehn Minuten gibt es keinen Support, die ersten zehn Minuten, was auch schön zu sehen war, war, dass so schwarze Planen da war, ist auch so ein bisschen die Frage, oder war am Anfang die Frage, ist da jetzt ein Choreo, passiert da irgendwas großartiges, später war dann die Auflösung, sag ich mal, ähm, davor war auch klar, Karasu hat's nicht ganz, äh, gereicht, fitnessmäßig, der Hut für ihn in der Startelf und was ich auch ansprechen, ähm, will und auch muss, finde ich, dieses, dieser Gedenkapplaus für Seba, auch das angesprochen, wie ja, wir alle anderen Themen auch schon im Vorbericht natürlich, wie, ne, erst ein tausendstes Spiel, wieder 60.000 und so weiter, alles schon angesprochen natürlich, aber der Gedenkapplaus für Seba, das war wirklich, das war krass, das war besonders, fand ich, das war, das war, das war einfach richtig schön, das war emotional pur, wirklich, auch wirklich Klos im Hals, bin ich ganz ehrlich mit euch, das war wirklich krass, uns hat nochmal gesagt, Fußball ist einfach sehr, sehr viel mehr, als nur dieser Sport, ne, den Spruch hört es immer wieder, das war ein perfektes Beispiel dafür, das war wirklich eine sehr, sehr schöne, ähm, ja, Szenerie, auch einfach ganz insgesamt von der, von der Aktion VfB vor Anpfiff, ich glaube, irgendwie vor dem Spiel machen sie auch immer wieder zur Aufklärung da, auch wenn sie wahrscheinlich allein akustisch nicht bei allen ankommt, ne, ist auch klar, ähm, die Jungs waren sofort da, haben sich davon nicht beeinflussen lassen, davon, dass geschwiegen wurde, dass keine Stimmung da war, ist auch das Vorurteil oder sowas, vielleicht manche haben von wegen, ah, man stört die Mannschaft damit oder man, ja, man tut ihr weh damit oder wie auch immer, nö, die haben super gespielt, richtig gut reingestartet, das Ding, direkt auch schon getroffen gehabt, leider abseits Millimeter, abseits geil gespielt, das ist ja auch mit einem bockstarken Abschluss, wie immer, ähm, und auch dann, ne, nach den zehn Minuten kamen ein paar Gesänge, auch viele kreative Gesänge, quasi ein paar Sachen umgedichtet und sowas, sowas wie scheiß Aufsichtsraten, so Geschichten in den typischen Melodien, wie man es kennt, ähm, das hat Wirkung gehabt, fand ich, das war wirklich, wirklich krass, ähm, auch so Geschichten wie VfB, da sind wir, in Richtung Etage, also im Sinne von die Kapos und die Kurve generell, die vor allem der Stehbereich Richtung, eben, äh, Richtung Etage, sag ich mal, Richtung Führungskräfte und so weiter, Aufsichtsrat, der halt da oben hockt in den VIP-Bereichen, sag ich mal, äh, dahin gerichtet, das hatte schon Wirkung gehabt, das war schon ziemlich mächtig und dann, so, so normal, sag ich mal, war es ab der 15. Minute, wie gesagt, von dem her, fand ich das auch angemessen, war in Ordnung, wie gesagt, da war dann auch klar, warum diese schwarzen Banner da waren, weil halt dick Pyro hochkam, schwarzes Pyro, war, sah krass aus und da hast du eben so ein komplettes Bild von sehr, sehr viel in schwarz, war das Motto war, plus eben jetzt auch das Pyro und auch das schwarze Pyro und eben die Bereiche, wo ja normalerweise halt irgendwie Kanjano Kove hängt oder sowas, war auch noch schwarz, so hast du eben ein komplettes düstere Bild eben gezeigt, hat auf jeden Fall Sinn ergeben, äh, muss man auch da sagen, direkt dominant gewesen, wie gesagt, High-Dime-Keeper auch ein paar Mal richtig stark gewesen, ne, auch VfB-Vergangenheit ist ja Klassiker, so einer dann auch nochmal richtig stark spielt, Heiden aber auch über das ganze Spiel, auch in der ersten Halbzeit, da in der Phase immer wieder über so kontergefährlich, ne, so ein paar kleine Szenen hatten die auf jeden Fall dabei, wurde immer chancenärmer, sag ich mal, Richtung Ende von der, von der ersten Halbzeit und dann umso besser, umso wichtiger, geiler Zeitpunkt, überfällig dann auch am Ende des Tages, geil rausgespielt, 1-0 Gerasie auf engem Raum durch, durchkombiniert vorm Tor, dann drin das Ding, hat sein Tor bekommen, ne, das Abseitsding, Millimeter hat er nicht bekommen, dann macht er es halt eben nochmal, Gerasie halt, ähm, direkt danach auch Nübel, hab ich mir aufgeschrieben, ähm, wüsste die Szene gewesen sein, wo der, wo der dann weggrätscht im, im Vollsprint, sehr, sehr stark von Nübel ist Ding da rausgegrätscht und das, sind so Sätze oder so, Stichpunkte, die ich hier vor mir habe, wie, einfach gut, wie immer, selbstsicher und so weiter, weil ich brauche nicht immer das Gleiche zu sehen, wir spielen einfach eine wahnsinnig starke Saison, es war eine richtig gute erste Halbzeit, ähm, auch danach, 2-0, direkt nach der, äh, direkt nach dem Start der zweiten Halbzeit, ähm, auch da ist grandios rausgespielt, für Still hat es mich besonders gefreut, ähm, der sowieso, gut, underrated ist er nicht, aber ich sag mal, du kommst halt immer weniger weg als ein Gerasie oder als ein Undaf oder wie auch immer, selber auch bei so Konsorten wie Karasor und Anton und so Geschichten, ne, kommst du ein bisschen weniger weg als die, sag ich mal, in der Betrachtungsweise und deswegen für ihn umso schön, dass er auch mal getroffen hat, Stiller, wirklich, er spielt hier eine wahnsinnige Saison, überragend, musst du es immer vergessen, darfst nie vergessen, der kam ja als Endoersatz, offiziell, sag ich mal, nominell, ähm, bockstark, hab mich sehr gefreut für ihn und da war auch echt geil, ist nach all der Scheiße, geht auf die Reise, hat da besonders gescheppert, besonders gescheppert, kommt auch ganz am Ende nochmal, äh, drauf zu sprechen, ähm, weil du jetzt eben auch durch, in dem Spiel ja rechnerisch, was hinkriegen konntest, in dem Schritt Richtung Stuttgart international, ne, ist ja auch ganz klar, ähm, und dass man auch da nochmal festhalten muss, wenn das mehr ankommt, natürlich dauert das ein bisschen, wenn man kennt, es wechselt, sagen wir, mit VfB und dann, ne, Kurve, dann Stadion, dasselbe auch mit diesem Schalalala und dann Stuttgart, das ist, das könnte auch richtig, richtig heftig reinkicken, wenn das am Ende wirklich, wirklich irgendwann mal klappt, dass das Stadion richtig mitgeht, war auch schon besser das letzte Mal, aber wenn wirklich Kurve und Stadion gefühlt auf demselben, auf demselben Laufstärkeniveau sind, dann ist es auch ein richtig geiles, äh, neue Geschichte, neues Feature, wie auch immer man es nennen will, ähm, in unseren Feriengesängen, das kommt auch richtig, richtig stark, was man auch da sagen muss, ne, 2-0 geführt, aber Heidenheim steckt halt auch nicht auf. Und dann fiel es halt, 1-2, dicker Nübelfehler nach der Ecke, passiert halt mal, mein Gott, passiert dem nie wieder im Leben, hat uns schon genug rausgerettet, fand es auch sehr, sehr schön, dass diese Nübelgesänge direkt danach kamen, dann ist Nübel, 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 ähm, ähm, aber 2-1, man kennt den Klassiker, 2-0, es ist gefährlichstes Ergebnis, ist so der klassische Spruch, ähm, bisschen abgeflacht danach auch, ähm, hat auch Hölzer gesagt, nach dem 2-0 war ihm ein bisschen zu viel Feierlaune, also hat das vor allem aufs Spiel bezogen natürlich, ne, die Spieler vielleicht nicht in letzter Konsequenz ihre Sachen durchgezogen, ihre Angriffe durchgespielt und so Geschichten, ähm, dann auch so eine Schlüsselszene, Silas Pfostenschuss, sehr, sehr schade, wenn das Ding drin ist, dürfte das Spiel normalerweise wahrscheinlich vorbei sein mit dem 3-1 zu dem Zeitpunkt, auch da, wie gesagt, vielleicht bin ich schon bei manchen als Silas Hater durch oder so, bin ich gar nicht vom Ding her, aber von der sportlichen Leistung her, es hat auch Hölnes ja schon ein paar Mal gesagt, dass die Einwirkungen jetzt nicht das sind, was man sich oft erhofft von ihm, auch die fand ich so nicht besonders gut, klar, das Ding sieht ganz anders aus, wenn das Ding halt reingeht statt gegen Pfosten, aber am Ende ist halt eben gerade das wieder so sinnbildlich dafür, dass eben der Ball an den Pfosten geht, sehr, sehr schade und das, ne, wie gesagt, 3-1 zu der Situation oder der, ja, Spielsituation, ähm, wäre es wahrscheinlich durch gewesen, das Ding, hier haben wir mal aufgeschrieben, 77. Minute waren es 14 zu 4 Torschüsse für uns, also war schon dominant und dann fällt es halt 2-2, muss man auch da sagen, Kleindienst, Weltklasse Abschluss, den so direkt mit links, Bock stark, macht ja auch nicht so oft wahrscheinlich, hat er auch selber gesagt, auch im Interview danach, ähm, mal noch 10 Minuten zu spielen, habe ich mir aufgeschrieben, noch 10 Minuten zu spielen, quasi halt mental fürs 3-2-2, okay, ist scheiße 2-2, aber du hast noch Zeit fürs 3-2-2 und dann machen die es halt weniger als eine Minute, nur ein paar Sekündchen gefühlt nach Wiederanpfiff, direkt das Ding, die Kulle verloren und dann macht es Kleindienst zum dritten Mal, 3-mal klein, ist auch das wieder Flanke, Kopfballtor, zack, easy, wie es halt, wie es halt der Klassiker ist, Eckentor kassieren ist auch Klassiker für uns, auch wenn es ein bisschen, sag mal, anders ist als normales Eckengegentor, weil das Ding fällt normalerweise sonst ja nicht rein, ne, aber vom Ding her auch wieder, ne, Kopfballtor kassiert gegen so Konsorten wie Kleindienst, Eckballtor kassiert, der VfB hat schon auch seine Probleme oder seine Themen auf jeden Fall, die er auch scheinbar nicht abgestellt bekommt in dem, äh, in den paar, in den paar Fallbeispielen, ähm, die auch natürlich eiskalt, 3 Chancen, 3 Tore, das ist natürlich Effizienz pur, was Heidemann an den Tag gelegt hat und dann direkt hier aufgeschrieben hier bei mir, jetzt brauchen wir Leverkusen-Qualitäten, weil so ist es ja, jetzt brauchen wir auch mal so einen Lucky Punch gegen Ende, wie es Leverkusen quasi jedes Spiel aktuell tut und dann teilweise auch noch doppelt, ne, also komplett absurd, was sie da machen bei Leverkusen, ähm, und auch das muss man sagen, das war ja wirklich auch einmalig in der Saison bisher, auch What the Fuck dazu geschrieben, weil woher kommt das so, also klar, du hast es ein bisschen schleifen lassen nach dem 2-0, aber es dann trotzdem komplett so im 2-3 drehen zu lassen, eben dreimal nach vorne und dreimal drin von Heidenheim, ähm, das war schon speziell, wirklich auch einmalig in der Saison bisher, so hast du noch nie ein Spiel aus der Hand gegeben, aber auch sehr gute Statistiken, was das angeht, wie wir, ja, Führungen runterspielen oder wie wir Punkte holen nach Führungen, so rum, ähm, deswegen sehr, sehr schwierig und ganz komische Situation, auch ein bisschen komisches Gefühl im Stadion, so, wow, okay, kacke, guckst du mal auf die Uhr, boah, gut, einen Punkt kannst du vielleicht noch holen mit ein bisschen Hoffnung, aber ein Sieg wird es nicht mehr, ist ja kacke, er ist ein 2-0 verspielt, ähm, dann noch natürlich in der Nachspielzeit, kurz vor der Nachspielzeit gab es eine rote Karte, ähm, muss ich ehrlich sagen, im Stadion, das kann man nicht groß sehen, weil halt ganz hinten aufs hintere Tor, ne, aus der Kurvensicht, nach dem Spiel nochmal gesehen, klar, er geht da hart rein und wenn du Aschiri das von da hinten siehst, ne, mit Vollsprint und zack, dann kannst du vielleicht auch danach entscheiden, da ist halt nie ein Richter direkt neben dir, der es vielleicht noch näher sieht, war jetzt für mich, klar, es ist halt ein raues Einsteigen und muss natürlich auch nicht sein, so, aber da war jetzt irgendwie kein Treffer oder so, dieser Klassiker von, wenn ich dich in dem und dem Bereich am Fuß treffe, dann muss ich dir rot geben oder sowas, wie es ja aktuell oft ist, war da für mich auch nicht da, also ich kann, kann das schon verstehen, wenn sich halt einmal aufregen, sah natürlich hart aus, aber für mich ist das keine glatte rote Karte, also da kannst du auch mit Gelb leben oder mit Dunkelgelb, wie auch immer, fand ich schon ein bisschen hart die rote Karte und dann fällt es halt noch, Dennis Undaff, das war unfassbar wichtig, allein schon, wenn es nur für die Psyche ist halt, für aufgestimmt, für die Psyche immerhin, natürlich wirst du dich ankotzen danach, weil du hast ein 2-0 verspielt, ist ganz klar und musst du auch, ne, musst du dich darüber ankotzen, aber für die Psyche immerhin brutal wichtig, eben auch im Sinne von, wir gucken jetzt nächste Woche schon zum Dortmund-Spiel, dass du da nicht mit so einem 2-3 gegen Heidenheim reinstartest Und dafür natürlich auch umso geil, dass gerade der war, der wirklich stehend K.O. war, der war, der war eigentlich stehend K.O., weil gefühlt kein Ball mehr richtig an oder gar nicht mal, kein Ball mehr gefordert quasi, am 16. wirklich K.O. Dann macht er noch so einen Move, nochmal einen draufgestanden, dass die Spieler vorbeikrätschen oder zumindest krätschen, ihm ein bisschen mehr Platz geben, Weltklasse gemacht, Weltklasse Abschluss und dann muss man sagen, Last Minute Eskalation nimmst du halt immer mit. Klar, wir sind angekotzt von dem Rückstand, dass wir in den Rückstand geraten sind, nach der 2-0 Führung und so rum, aber Last Minute Eskalation nimmst du immer mit, war total geil, war total wichtig für die Truppe, für die Fans, für das gesamte Ding. Fand dann auch grundsätzlich diese Geste von Onaf eigentlich ganz geil, weil sie den hier so vor der Kurve mäßig, wie es der Gerassie oft macht, Mio schon mal gemacht hat, diese Geste finde ich eigentlich ganz geil, dieses hier quasi, lasst mich hören und so Geschichten, finde ich eigentlich ganz geil, gar nicht ein ganz badass Jubel so, nur verbunden mit dem, wie gesagt, vielleicht verstehe ich es auch ein bisschen drüber oder verstehe ich es falsch, wie auch immer, aber so, wie es ja klang aus seinem Interview raus, war es ja wirklich auch mit der Meinung in Richtung, ey, fahre ich ein bisschen schade oder war ich ein bisschen genervt davon, dass da nicht mehr so viel Stimmung kam, Ende nach dem Motto, ey Kurve, jetzt höre ich euch jubeln quasi, jetzt höre ich euch und dann finde ich, geht das ein bisschen darüber hinaus, dann geht das ein bisschen in die falsche Richtung, sag ich mal, oder trifft den Punkt halt einfach nicht, weil so, klar war es nicht der Weltklasse-Support, ich fand es trotzdem völlig in Ordnung heute, ist natürlich klar, dass du jetzt nicht Stimmung bekommst, wie wenn jetzt Leverkusen kommt, die Bayern kommen, Dortmund kommen, so Geschichten, klar hast du auch ein paar mehr Event-Fans, so Geschichten dabei oder auch eine gewisse, in Anführungszeichen, neue Erwartungshaltung drin, also gegen Köln, gegen Mainz gesehen so, auch gegen Heibenheim jetzt wieder, einfach eine Erwartungshaltung gegen verschiedene Klubs, verschiedene Erwartungshaltungen, auch das natürlich falsch, letzten Jahre war halt anders, so, da war halt jedes Tor gegen jeden Gegner krass, weil du halt komplett scheiße warst, nicht über jeden Punkt, über jedes Tor, über drei Punkte gefreut hast, über jeden Sieg gefreut hast, das ist jetzt ein bisschen anders, hat eine gewisse Erwartungshaltung gestiegen, in den Leuten vielleicht auch, das kann ich wahrscheinlich auch fast nicht verhindern, aber ich fand es jetzt heute auch gar nicht so schlimm, dazu muss man auch da sagen, es gab, glaube ich, auch ein paar Sani-Einsätze unten bei uns in der Kurve, deswegen auch mal, ja, ruhig war und keine Stimmung war, deswegen, und da gar keine Kritik an ihn großartig, weil geiler Typ weiterhin natürlich, logischerweise, geiler Typ, ehrlicher Typ, auch die Analyse zum Spiel war top, war angepisst davon, dass man so reiergegeben hat, das 2 zu 0, alles richtig, alles in Ordnung, geiler Typ, nur ich finde, in dem spezifischen Punkt, wenn er denn so scharf gemeint war, wie ich ihn jetzt mal verstanden habe, sage ich mal, im Sinne von, hier, Kurve, jetzt höre ich euch mal wieder, finde ich, geht das ein bisschen übers Ziel hinaus, dann finde ich das, ja, fühle ich das in dem Punkt nicht so, und auch da, um da vielleicht selber auch mal ein bisschen böse zu werden, sage ich mal, die Kurve, die Stimmung, whatever, ist nicht dran schuld, dass man 2 zu 0 im Heimspiel gegen Heidenheim noch verspielt, so muss man auch ganz ehrlich sagen, aber auch zurück zum Spiel, Stats-mäßig, Torschüsse-mäßig und so weiter und so fort, musst du das Spiel gewinnen, musst du das Spiel trotzdem gewinnen, ist ganz, ganz klar, aber das ist ein Spiel, da nimmst du sehr viel raus, da lernst du sehr viel draus, auch gerade mit den Höhnissen und so, auch gerade die Truppe, die sind ja lernfähig, da bin ich sehr, sehr guter Ding aus dem Ding, gut verarbeitet, gut aufverballertes Spiel auf jeden Fall, und auch das, Thema Entwicklung, Thema Trost lernen, letzte Saison hätten wir im Leben kein 3 zu 3 mal gemacht, in keiner Welt hätten wir das 3 zu 3 noch geschossen, nie im Leben, also, ich sag mal, die längste Phase der Saison ist, natürlich Dortmund, das Gegenbeispiel ist 3 zu 3, war ja ähnlich, sag ich mal, mit dem 3 zu 2, kurz vor Schluss noch das 3 zu 3, aber die weite Teile letzten Saisons, sag ich mal, Abschiedskampf, den Lagen, wo du unten steckst, wie jetzt in Darmstadt und so Geschichten oder in Köln oder sowas, da fällt so ein 3 zu 3 dann nicht mehr, bei uns fällt es eben, vorhin angesprochen, Leverkusen-Qualität, und das haben wir jetzt eben auch, weil wir eben auch da oben drinstecken, im Kampf um Champions League statt im Kampf um Abschiedskampf, und da laufen eben manche Dinge eben ein bisschen anders, deswegen auch das, finde ich, kann man positiv rausheben, dass man den Punkt noch geholt hat, das 3 zu 3 noch gemacht hat, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, wie gesagt, für das Gesamtgefüge, für die Mannschafts-Psyche, für die Anreise nach Dortmund nächste Woche und so weiter und so fort, das ist auch ganz klar, und jetzt hier, vor allem gekündigt, 21 Punkte vor Platz 7, 16 Punkte vor Platz 6, 7 vor Leipzig, 4 vor Dortmund, das heißt, wir haben noch 21 Punkte zu spielen, besser so, wenn das hier als die meisten Konkurrenten unter uns, Europa ist in irgendeiner Form auf jeden Fall sicher, Frage ist, welcher Wettbewerb, aktuell ist die Champions League, die nächsten Wochen werden das zeigen, ist klar, ist nicht mehr so lang zu gehen, tatsächlich viele Topspiele, Bayern, Dortmund, Leverkusen haben wir noch, Leipzig spielt noch gegen Dortmund, Dortmund gegen Leverkusen und so weiter, sehr, sehr viele direkte Duellen noch, wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall in dem Kampf, aber wir sind gerade vor, haben noch 4 Punkte vor Dortmund und eben auch 7 vor Leipzig, also vom ersten, nicht Champions League Platz, auch der ja vielleicht 5. Platz, noch mit ganz viel Glück oder ganz viel guten Leistungen in der deutschen Mannschaft, vielleicht auch der sogar noch Champions League, ist ja auch noch nicht ganz aus dem Raum, aber auf jeden Fall kurz vor Platz 4 oder vor Platz 5, 7 Punkte, ist auch schon mal ein gutes Polster auf jeden Fall, deswegen auch da wieder größeres Gemecker oder größerer Ärger oder Angst vor, wir verspielen irgendwas, sehe ich nicht, halte ich nicht für nötig, wir haben jetzt die letzten 9 Spiele in der Liga nicht verloren, 7 davon gewonnen, es läuft bockstark, also von dem her, über das Spiel kann es sich nicht ärgern, über 0 zu 2 kann es sich ärgern, muss ich fast sagen, jetzt habe ich mich fast ein bisschen mehr darüber freuen, noch im Sinne von, jawohl, sie haben es noch geschafft, das 3 zu 3 geholt, weil ich diese Wichtigkeit darin extrem sehe, das 3 zu 3 noch geholt, sie haben gesagt, für das Gesamtgefühl, deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht groß irgendwie angepisst aus dem Spiel raus, bin ich ganz ehrlich, Anto noch gesperrt, 5. gelbe Karte gegen Dortmund, natürlich auch das schade, gerade zum Topspieler, gut, muss man auch sagen, wenn der auf 4 gelben Karten steht, die nächsten Wochen sind, ja, gespickt mit Topspielen, Frankfurt, Bayern, Leverkusen, und so weiter und so fort, in irgendeinem Topspiel hätte er zwangsweise gefehlt, sage ich mal, deswegen ist es halt in Dortmund so, mal gucken, wer ihn ersetzt und vor allem auch wir, ihn ersetzt und den Anton, unseren Kapitän, und zum Schluss natürlich noch, das alles hier zum Spiel, ich glaube, vielmehr brauche ich nicht mehr zu bequatschen, aber auch da, wie immer noch, spreche ich gerne an, und du es auch hier wieder, wieder von 2-3 Leuten angesprochen worden, wieder rund ums Spiel, freut mich jedes Mal aufs Neue, nette Gespräche mit euch auf jeden Fall, nette Treffen, nette Begegnungen, und das Wildeste, was komplett den Vogel abgeschossen hat, war dann bei mir hier im Dorf, hier im Kaff, sage ich mal, ganz böse, einfach von einem von euch, Döner ausgegeben worden, das habe ich noch nie erlebt, sowas, das erste Mal, als mir sowas ausgegeben wurde, quasi Döner-mäßig, oder irgendwas ausgegeben wurde, vorgewählte Nummer, also wirklich, falls du das Video siehst, vielen, vielen Dank nochmal, es war ganz, ganz wildes Ding, vielen, vielen Dank, ganz wilde Nummer, und deswegen würde ich sagen, leite ich direkt über, in die Kommentare, ist ganz klar, ab in die Kommentare, schreibt mir alles zum Spiel rein, eure Meinung und so weiter und so fort, was gerade durch den Kopf geht, zum VfB, zur Saison, und alles ist ja ganz klar, auch hier will man an der Stelle, gerne kostenlos, Liken abonniere lassen, ganz wichtig für den Kanal, für die Entwicklung, für uns als VfB-Community, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.